So liebe Abonnenten und Zuschauer von EffiWiborn Wir haben es jetzt fast geschafft die 100 Abonnenten zu erreichen Ihr könnt mir jetzt ein paar Fragen stellen oder auch Vorschläge was ich so als Spezial zu 100 Abonnenten machen soll Und ja, sendet mir einfach ein paar Vorschläge, schreibt sie in die Kommentare Ihr könnt mir auch Fragen stellen rund um EIP oder auch andere Sachen Und ja, einfach mal ein bisschen fleißig Fragen stellen Ja, mehr wollte ich auch gar nicht sagen Bis zu den nächsten Videos und ciao